Hallo Leute! Ich wollte euch noch eine ganz kurze Info geben. Und zwar kam mir jetzt seit einer Woche, glaube ich, kein Video, weil ich habe es irgendwie nicht mehr geschafft. Ich habe zwar zwei Videos gedreht, aber irgendwie habe ich es nicht mehr geschafft, die noch hochzuladen, bevor ich halt in Urlaub gefahren bin. Und jetzt bin ich halt nicht zu Hause, wie ihr sehen könnt vielleicht. Weil wir halt jetzt in ein Wellness-Hotel gefahren sind, Malte und ich und seine Familie. Und ja, wir entspannen jetzt hier ein bisschen, weil ich ja ziemlich Stress mit der Schule und so in letzter Zeit hatte. Deswegen nehmen wir uns hier eine kleine Auszeit. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse und ihr könnt das verstehen. Und ja, ich denke mal, ich werde dann direkt am Samstag oder so wieder ein Video hochladen. Und darauf könnt ihr euch dann ja auch freuen. Und ja, wenn ihr irgendwie wissen wollt, wie es mir hier so geht und Bilder sehen wollt oder so, dann guckt einfach auf Twitter oder Instagram. Da poste ich eigentlich immer irgendwas. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne restliche Woche. Und bis dann. Tschüss.